Wo bleibst du hier stehen? Nett. Nicht sicher. Bienchen. Bist du gerade am Holz sammeln? Äh, ja. Und jetzt wollte ich tatsächlich sogar gerade was anderes sammeln. Kohle. Man kann nie genug Kohle haben, merkt euch das. Ja, das ist wohl warm. Ja, ganz toll. Marmel liegt hier, Aluminium, das können wir später einsammeln. Das brauchen wir, glaube ich, am Anfang noch nicht so. Ähm. Kopper. Kopper, Kopper. Ach gut. Erstmal alles mit dem. Ach klar, die waren. Oh, Alter. Du hast einen Zombie? Nee, ich bin fast von der Lava erschlagen worden. Von der Lava erschlagen? Ja. Äh, beziehungsweise begraben. Ja, okay. Wird das dunkel? Nee. Nee, irgendwie noch nicht. Können wir gleich mal die ersten Fackeln machen hier? Ja, ich habe schon ganz viele Zwiekole gesammelt. Ja, viel ist relativ, aber wir sind ja am Anfang. Ja. Das ist doch echt dunkel hier. Hat mir dieser Baum hier noch was. Ach, da oben. Nee. Ehrlich, man darf hier immer noch... Hä? Was denn? Krieg diesen Baum hier nicht abgeholzt. Er findet irgendwie kein Ende. Ach, ich glaube, das war das Ding. Nee, auch nur die Hälfte. Natürlich... Ach, da oben hängt noch was. So. Ja, das war's. So, sehr schön. Hier ist echt viel Kohle. Viel mehr als auf der anderen Karte. Da haben wir, glaube ich, erst dem stundenlang gepuddelt haben, was gefunden. Ja, wie gesagt, die andere Karte war irgendwie auch so von den Ressourcen her nicht ganz so ertragreich. Ertragreich? War halt auch, wie finde ich, so... Voll. Ergreich. Gutes Deutsch. Ich weiß ja nicht, was du da machst, ne, aber... Wenn du nicht als Außenstehenden hört sich das irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig an. Okay. Ich war froh, dass die Zuschauer sehen können, was du tust, also... Ja. Stand. Boah. Plopplopplop. So, Fackeln habe ich erstmal ziemlich viele gebaut. Da kannst du welche bei mir aus der Kiste erstmal rausnehmen. Ja, das ist schon sehr schön. Wie gesagt, beim Holz bin ich eigentlich auch guter Dinge. Gut dabei. Ist zwar noch nicht viel, aber ich bin jetzt gerade dabei mein drittes Deck jetzt gerade aufzubauen. Er wird. sehr schön so ordentlich das reicht mir jetzt auch erst mal vergessen unser haus war auch immer sehr empfehlenswert empfehlenswert falls ihr ein bisschen weitere strecken und legt oder sonst irgendwas legt euch am besten einen waypoint auf euer haus in euer haus neben das haus wie auch immer ich persönlich mache es halt immer ganz gerne irgendwo in der nähe des hauses nicht direkt im haus war ansonsten hat man da halt immer diesen ja diesen laserstrahl aus dem himmel dann halt direkt im haus sondern manchmal ist halt noch ein bisschen störend aber der verschwindet wenn du nah genug dran stehst ja wenn man nah genug dran steht ja das ist richtig aber ich persönlich stört er wir müssen diese ganzen löcher hier ums haus herum stopfen aber das sieht total idyllisch aus mit dem ofen hier vorne sieht so aus als wenn wir einen kleinen kamin drin stehen hätten ja hat irgendwie schon was so dann wollen wir doch jetzt erstmal ein bisschen holz erst mal herstellen hast du normales holz ich habe jetzt tatsächlich so darkcode holz gesammelt mir gar nicht aufgefallen ich habe hier ganz normales holz also auch hier hier ja ich habe jetzt noch sechs weitere stecken das ist ja schön so ordentlich also holz haben wir jetzt erst mal genug erstmal setzlinge haben wir auch genug davon ganz sehr doof so 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 reicht das nicht schon von der höhe das wird schon zu hoch ach tatsache ja ups so ich habe gerade gar nicht drauf geachtet schon das dach am besten erstmal ich habe nicht drauf geachtet siehst wir müssen so gut ne schon ok das können wir ganz gerne weiterhin so machen hier mit dem alles danke direkt bitte kein Problem hm das ist dunkel sehr schön ich hoffe das reicht aus ey was denn was machst du da höher setzen wieso weiß ich nicht sieht besser aus ja findest du nicht das haus zu brennen ist auch ok ey was denn es ist kaputt was ich hinbaue mein ofen hier mein schornstein haha ok alles klar haha jetzt macht sich ein blödes dass ein holzschornstein ist aber warte das können wir nochmal ändern das macht mich auch gerade lässt sich jetzt rüber streiten aber ist ok So besser? Ne, das sieht scheiße aus. Das kommt wieder weg. Batman. Ah ja. Bunker wäre hier auf Starcode auch manchmal, oder? Das war nicht zu tief. So. Hast du kein Holz mehr? Ja Das ist ja noch speziell das Dachos Holz hier Ja Das ist ganz lieber gleich normal Aber da gibt ja so ein einziger Baum schon so viele Baumstimme Ich glaube wir müssen uns auch gleich erstmal um unser Erdgeschoss kümmern Äh nicht Erdgeschoss, Kellergeschoss Da kommen die Kisten rein Mit Zwischendeckel gleich plan Und das machen wir 30x30 das Feld Okay Schön groß auf dem Fall Das ist ein Problem Oben ist übrigens 10x10 10x10? Ja Ok Also dann 12x12 mit Winden Aber es geht ja um die Innenfläche Also 10x10 die Innenfläche Hör ich da schon wieder Zombies? Hör ich da schon wieder Zombies? Hyuk Hör Trab Trab T coordinate Prab Trab 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 WX Trab 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 so wir haben schon alles zugebaut du hast zugebaut du hast schon alles zugebaut hast, sag ich im Boden ja ich hab vergessen meine Rüstung am Anfang ja, das ist wohl wahr wo ist er? da ich ausleuchten warst du das gerade? das zum Schluss war ich dann, ja okay ich hab mir nicht sicher, ob da irgendwas mit dem Kommen in Ordnung war mit dem ist alles in Ordnung mit mir ist nämlich alles in Ordnung hier sind anscheinend noch mehr Zonnies ganz schön laut die Kollegen hier die sind natürlich sehr kontraktproduktiv weil die jetzt diese Höhle direkt unter uns im Haus haben ja, ausleuchten ich frag mich, wo ist der andere Zonnie ne, mir geht's ehrlich gesagt, kann ich uns ausleuchten aber das wird hier drüben sein hier ist die auch noch gewesen und es geht mir viel mehr darum, dass wir ähm das mit dem Keller dann komplizierter wird ach, das passt schon weiter so lange hier keine Schlucht unter uns ist hoffen wir nicht wir werden das schon noch herausfinden das ist so laut, ne ach, guck mal, wie ist das so laut ey von Absicht ich bin auch gleich wieder tot ähm, wir müssen jetzt ganz dringend schlafen gehen immer die Türen schließen warum? da bist du etwa auf dem Bahnhof aufgewachsen da gehen die Türen auch immer von alleine zu unser Haus schmier nicht, ach da der Koffer kommt später erstmal brauche ich nur Kohle ab ouch aber es ist schon mal sehr schön, dass wir hier so ein kleines Höhlensystem gleich jemanden haben was machst du denn hier? hä, wieso? was bitte? willst du das hier oben auch ausbauen, oder was? oder was machst du denn? ne, nein, das ist jetzt gerade erstmal nur damit wir die Höhle unten fast genau rein kriegen wir brauchen hier eine 30x30 Höhle deswegen messe ich jetzt hier oben jetzt einfach ab und buttel mich dann einfach runter ah, in den Ecken dann, oder was? confirm wir nicht jetzt Ladies und ich Kerry, warum können wir hier oben wieder herausfinden? Н Выعaba, hier haben wir gerade mal ab, kommen wir jetzt hier oben drauf verschellen und benet um Das war's für heute. Das dauert ja deutlich länger mit der Holzschaufel, ähm, Holzaxt. Ja. 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 Mal überlegen, wie machen wir das jetzt am besten. Gleich ist alles mit Holz ausbauen? Nee, erstmal einfach nur buddeln oder? Mhm! Damit werden wir erstmal ne Menge zu tun haben. Wo ist denn hier schon wieder ein Zombie, ich hasse das, das nervt total, wie es hier alles ausleuchtet. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ich muss flüchten, oh nein, ich muss nach unten flüchten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Eisenwaffen? Ich muss hier raus! Alter, da gibt es doch keine. Na du, was ist das denn hier? Das sieht ja lustig aus. Hast du gefunden? Ach, das ist einfach nur so ein Durchgang in den Wald rein. Das sah ganz gut aus. Ach so. Ähm, ich sollte was essen. Ich sollte mehr essen. Ich habe nichts zu essen. Hast du noch was zu essen? Nein, eine Kräule habe ich noch. Auf, geh mal weg da. Ich tupse dich da jetzt einfach runter. Nein! Ich bin runter gefallen. Schafen Stau, wie gesagt. Schafen Stau, wie gesagt. Reckner. Alter, ist das laut. Alter, ist das viel. Was machst du da eigentlich? Ich versuche etwas mehr Weizen anzupflanzen. Ach so. Was war denn? Was war denn? Wir haben... ... den Boden. Das ist frei. Oh. Und noch Boden rein. Hm. Was ist das für ein Sound? Hast du das gehört? Nein. Das hat sich gerade ziemlich abgespaced einmal gehört. Boah. Boah. Mensch, Schaf, geh doch mal weg hier, du blödes Vieh. Essen. Voressen. Tja, hier bin ich jetzt. Ich glaube, ich muss... Alter, wird das groß hier. Hä? Das ist doch aber hier etwas falsch. Hier unten ist es zu weit. Oder nicht? Ach so, du machst das einfach nur in die Richtung. Ein 30x30 fällt ums Haus rum. Ja, genau. Ich dachte nur, das Haus ist dann mittig aufgestellt. Damit wir quasi, wenn wir uns nach unten porten, dass wir gleich in der Mitte ankommen. Das hatte ich nicht gedacht, aber... Ach so. Gut, aber es ist egal. Das können wir auch so lassen. Wir können das Haus ja hier oben auch noch ein Stück ausbauen. Ja. Toll. Ich bin sogar noch von so einem Skelett-Typ ab. Ich bin hier unten in der Höhle und kann nichts machen. Ich komme hier noch nicht mal mehr raus. Ich weiß nicht wie. Boah, nö. Da ist er heute wieder. Ah, hier komme ich raus. Aber er verfolgt mich. Ich komme hier aus diesem Grab nicht mehr raus. Ich habe mich hier selber zugebuddelt. Ja, wir müssen mal kurz eine Aufnahmepause machen. Bis gleich. Ich habe hier oben auch hier aufças. Na, ah. Ich bin jetzt hier oben drauf. Also, jetzt da oben drauf. Und jetzt da oben drauf. Ich bin da oben drauf. Und dann, wo dann? Vielen Dank.